Ich bin John Lawler. Man hat mich geschickt, um Undercover gegen Quang zu ermitteln. Wo soll die Übergabe stattfinden? Zwei P. Auf keinen Fall. Na schön. Wer hat dich verraten? Ausgezeichnete Frage. Warum bist du seine Frau geworden? Weil es manchmal leichter ist, die Vergangenheit zu vergessen. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Mom, wer ist das? Mom, du hast einen Zug. Franz Männer sind unterwegs, um euch umzubringen. Jetzt bekommst du Ärger. Was ist denn hier los? Wir haben unseren Schlüssel vergessen. Du klerst Autos und er verkloppt Leute? Wie ich sehe, hast du dich nicht verändert. Haltet gefälligst die Klappe und lasst mich fahren. Frau, du hast dich verraten. Ich verstecke dich.